what the fuck wenn sie für ihre sünden nicht auf dem dach eines verlassenen gebäudes büßen werden sie sterben was was ist das denn oh gott ich hab ich hab gerade ich hab den controller weggelegt weil der ladebildschirm so lang war ich habe mich erwartet dass es kommt oh man und dann habe ich mich gekratzt und war so ja jetzt kommt der cut ziehen alles gut und auf einmal ist der controller ja ah y schien hm ha ha must have been the wind ihn hat gotcha ja was soll ich jetzt machen Oh, nur 15. Weil ich verkackt habe wahrscheinlich. Scheiße. Das wollen wir ja nicht. Oh Gott. Schneegami drückt herum. Kein Passwort. Ja, aber wenn du auch stirbst, dann kann keiner die Zeit zurückdrehen. Aber wenn du auch die Zeit zurückdrehen möchtest, dann kann ich die Zeit zurückdrehen. Aber wenn du mit der Hand anzunehmen möchtest, dann kannst du die Bildung nicht ausgleichen. Wie ist das denn? Was? Ja, sie ist doch ganz niedlich. Ich mag sie ja eh als Freundin. Eine verwitwete Todesgöttin. Aber es ist mir doch ein bisschen zu anstrengend. Was ist denn? Es wird doch ein bisschen zu anstrengend, wenn sie teilweise so ein Blödsinn redet. Oh mein Gott. Also, wähle rechtzeitig die richtigen Antworten aus, um die Bombe zu entschärfen. Falsche Antworten oder das Überschreiten des Zeitlimits lassen die Bombe explodieren. Also, vorsichtig. Was? Was kommt anstelle des Fragezeichens? Doch nicht so ein Scheiß. Ich bin schlecht in diesen Dingern. Oh Gott. Woher soll ich denn das wissen? Hä? Hoch runter. Links rechts bestätigen. Was kommt denn da stattdessen? Wobei die da besetzt sind. Das da oben. I guess. Ich bin schlecht in sowas, Alter. Oh, bitte erwarte nicht zu fast Bom-Bom-Release-Taste drücken. Was ist das denn? Haha. Das habe ich jetzt nur so schnell geschafft, weil ich eben in der Erklärung so lange gesteckt bin und die genau das Bild benutzen, was du als erstes siehst. Also, nice. Boheey! 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 Ähm, was hat der Widerstand vor? Das haben wir eben nicht nachgeprüft. Okay. Das ist alles sehr merkwürdig. Vor allem der muss ja gewusst haben, dass das Bomben sind, der Servan. Ja. Es ist unmöglich, dass er keine Ahnung hatte. Ja, aber Entschuldigung, der hat doch die Kameras ausgewählt und hat doch die Frequenzen und sowas eingestellt. Sowas merkst du doch. Ich bin kein Technik-Genie, ja. Ich kenne mich mit Bomben nicht aus und mit Kameras auch nicht. Aber ist da nicht ein signifikanter Unterschied zwischen diesen Dingen? Wenn du da die Frequenzen und sowas einstellst, kommt das einem nicht dann komisch vor? Vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht, aber... Oh Gott. Hä? Habe ich dich. Detektiv Conan. Nice. Lauft. Kinder, lauft. Arme Typ. Da kommt der andere hinterher. Frank, was machst du am Boden? Oh. Ah. Yuma zeigt wirklich immer mehr Einsatz, oder? Oh Gott. Ich dachte, jetzt zieht sie wieder hoch. Naja, ihm geht es ja gut. Gut gemacht. Das habe ich nicht kommen sehen. Er ist sehr elegant, wenn er so die Hand ausstreckt, da Yuma. Er zeigt wirklich immer mehr Selbstbewusstsein und sowas. Habe ich das Gefühl. Ich freue mich für ihn. Ah. Ist das Wendy? Wendy? Ah. Gott sei Dank, ein freundliches Gesicht. Ihre Bildschirmzeit ist schon vorbei. Wir treffen sie wieder. Ist das nicht schön? Nein, du hast meine Geheimnisse erfahren. Nein, natürlich nicht. Die arme Shinigami. Yuma ist von drei Mädels umringt. Und alle mögen ihn sehr gerne. Das ist meine Kollegin. Eine Formalität für die Ermittlungen. Oh Gott, sag das doch nicht so. Oh Gott, sag das doch nicht so. Das ist doch missverständlich. Das versteht sie doch nicht. Sie drückt sich immer so ein bisschen komisch aus, aber das meint sie nicht genauso, wie du es jetzt verstehst. Oh Gott, sag das nicht so. Oh Gott, sag das nicht so. Ich schwöre bei Gott. Ah, also dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, Shinigami. Ja, es gibt sogar noch zwei. Die eine ist direkt neben uns. Bro, ich wünsche, ich hatte die Zeit, zu erzählen. Ich glaube, ich habe die Zeit, zu erzählen. Wtf? Das ist das Problem. Das ist... Das ist... Alter, Jinx. Im Moment habe ich nur Kopfschmerzen. Können wir die Bombe entschärfen? Ja. Es gab noch eine andere Explosion. Wie wir am Dach waren, wo der Sachi sich umgebracht hat. Hm. Das ist einfach nur Ablenkungen oder was? Ah. Weiß er nicht. Oh, ein Boot. Die schöne Schlauchboot da. Wir waren erst vor kurzem dort. So vor einer Stunde vielleicht. Oh, das stimmt. Wir müssen erst einmal die Bombe entschärfen. Kurumi-chan ist in der sicherheitlichen Ort. Okay, tschüss. Okay. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Diesmal wirds nicht zu einfach. Hahaha. Oh Gott. Uld? Eu. Was? C? Ähm, da ist ein C. Ich weiß es nicht. Da ist ein U. Ich weiß es nicht. Ja, danke. Opsis. Ich habe es ver- Weeeeee. Oh. Look, I'm sorry. I'm bad at these games. I don't get it. Ich kriege wahrscheinlich ein Game-Over-Screen hier, weil ich verstehe das Puzzle nicht. Ich werde mir ein Bild anschauen online, oder ich werde mir meine Aufnahme anschauen und das Puzzle lösen und dann das machen, weil... Ich habe es nicht geklappt. Ich habe es nicht geklappt. Du kannst das U hier so rein, das L so rein, aber nirgendwo anders. Es ist auch kein L hier zu sehen. Ein U ist hier auch nicht zu sehen, wirklich. Oder ist das... Nein. Ich dachte vielleicht, okay, vielleicht ist das ein Ausschnitt, ein vergrößerter Ausschnitt von den Buchstaben. Aber wo kommt... Doch, das könnte... Das hier könnte ein vergrößerter Ausschnitt sein, tatsächlich hier. Das da. Und das L. Weiß ich aber nicht, weil das hier so abgeschrägt ist. Das U. Es könnte ein vergrößerter Ausschnitt sein, aber das da könnte ja alles sein dann. Ein E und ein F, weil die ja hier... Oder? Oder stehen die mit dem hier gar nicht in Korrelation? I don't know. Ich bin wirklich schlecht in solchen Dingen. Ich habe keine Ahnung. Was kommt anstelle des Fragezeichens? Ich will das Puzzle lösen! Ah! Ah! Oder bedeuten diese Symbole hier ein bestimmter Buchstabe und haben überhaupt nichts mit dem hier zu tun? Aber wozu gibt es dann die Buchstaben? Was verstehe ich nicht? Oder könntest du aus allen Vieren jeweils ein U, ein L und ein D machen? Und jetzt muss ich herausfinden, aus diesen Dingern, was kannst du noch aus denen machen? Das könnte vielleicht ein R sein hier, oder? Dieses Ding, mit dem da, könnte das hier sein. Die Lernzeichen, es gibt ja auch kein C. Das könnte ja ein M sein, was ich aber probiert habe. Also stimmt das nicht. Und hier hast du keinen einzigen Buchstaben drin. Ich habe gedacht, vielleicht jeder Buchstabe, der, selbst wenn du ihn außen so kurz anfährst, also hier das U so, ist es immer noch ein U. Wenn du hier fährst, ist es immer noch ein L. Wenn du hier fährst, ist es immer noch ein D. Aber wenn du zum Beispiel hier fährst, wäre das kein E, also kann das nicht sein. Das hier könnte auch nicht ein F sein. Das wäre ein D statt einem R. Das da wäre vielleicht ein B. Obwohl das hier auch ein R sein könnte, wenn du es so machst. Aber die inneren wären Ds. Das wären zwei Vs, aber das macht ja keinen Sinn. Dieses Puzzle macht keinen Sinn. Ich bin stupid. Ich bin splitt. Ich bin splitt. Wie in der blöde Welt ist es überhaupt nicht so? Aber dann machen die Gäger hier unten ja keinen Sinn. Die Punkte darauf verraten einem auch nix. Es muss ja eine Logik hier dahinter stecken. Ich will wissen. Ich kann natürlich raten. Aber ich möchte wissen, was für eine Logik hier dahinter steckt. Ich möchte das Rätsel verstehen. Ich glaube, dass das vergrößerte Aufnahmen sind von den Buchstaben. Aber dann verstehe ich den hier nicht. Weil das könnte das hier sein. Es könnte hier sein. Es könnte aus dem da sein. Da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte, finde ich. Es könnte auch einfach hier. Und das da sein. Und das sind Pfeile. Siehst du das? Das sollen Pfeile sein. Und der zeigt halt nach oben. Der zeigt nach links. Der zeigt nach unten. Und der zeigt nach rechts. Also das ist das R. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das. Oh mein Gott. Okay. Oben, unten, links und rechts. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe es nachschauen müssen. Ich bin eine halbe Stunde gesessen und ich habe es nicht gecheckt. Das ist so doof. Das ist oben, unten. Oh, jeder. Now I'm angry at myself. Ich habe nicht auf Englisch gedacht. Ich bin angefressen. Es ist ein gutes Rätsel. Immer, immerhin bin ich drauf gekommen, dass es irgendwas reingezoomtes ist. Ich habe nicht gedacht, dass das Pfeile sind oder so. Ach. Mein Hirn. Oh mein Gott. Ich bin so enttäuscht von mir selber. Ja. Ja. Ja, natürlich ist das seltsam. Ich weiß. Deswegen bin ich da so, hm. Ich sagte nur eines. Ich werde eine Pause machen, jetzt nachdem ich da so ewig herumprobiert habe. Und was essen. Ja. Ich denke, es gibt das nicht. Das ist nur noch so. Ich will mich probieren. Ich muss, wenn ich auf Registanzasenleitze scharbe. Ich habe zu vieler Volk. Ja. Der Dorau-Ea-Stand-Dokon-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Ich bin mir aber aber auch im alten Unfall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Lass sie doch gehen. Sie ist doch bis jetzt auch gut zurechtgekommen. Naja. Wo die anderen sind, ist die gute Frage. Kurumi! Und dahin ist sie. Mhm. Ach, du meine Güte. Nein, sie ist bei der Akademie von den Mädels. Aber gute Idee, Fubuki. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber okay. Wie ist er Hand in Hand durch die Wege entlang schlendern? Äh, es ist... Haben wir dafür jetzt die Zeit? Ich meine, ich weiß, es ist eine halbe Stunde, aber... Wie können wir es schaffen? Gut, Yuma, wenn du das möchtest. Äh, die Antiquität oder so was? Vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Ich will antworten. Nein, wieso sollte ich das tun? Ja, was ist das denn? Äh, ja? Ja, was soll die Scheiße? Ja, was soll die Scheiße? Ich will nicht sagen, wie du das tun hast. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja? Das war verrückt. Ja, ich weiß, das Ganze ist ziemlich merkwürdig. Mit seiner eigenen Lippe? Ja? Ja? Was ist denn? Was ist denn? Ja, das kann ich mich ja in der Nase losloh. Ja? 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 Ähm. Weil die Waffe im Safe war? Aber wir wissen ja nicht die Zeit, wie lang. Ach egal. Aber ich bin so... Okay, er ist dann... Nachdem wir gegangen sind, ist er dann wiedergekommen. Man hat die Waffe reingelegt. Aber er hätte sie auch wieder rausnehmen können, als die Friedenswächter reingekommen sind. Es ist so schlimm, weil ich die Waffe nicht schaffee. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Wurde die Waffe keine Hande zu nehmen. Ich denke, das ist so schlimm. Er hat mir nicht zuerst geworfen, aber es ist so schlimm. Er wurde zuerst vor der Waffe nicht zu nehmen. Das überzeugt mich alles nicht. Hehehe Kannst du das denn auch beweisen? Nein, es ist mir egal, man. Und den Kunden? Ja. Ja, wir müssen die Bombe entschärfen. Oh Gott, Mann. Ich will mit ihnen reden. Wenn ich die Bombe entschärfen bin, dann würde ich die Schatz zu tun. Dann würde ich meine Schatz zu beachten. Ich habe einen guten Schatz zu beachten. Aber wenn ich den Schatz zu beachten, dann würde ich das wissen. Wenn ich den Schatz zu beachten. Oh Gott, das wird jetzt wieder ewig lang dauern. Ich wollte eigentlich eine Pause machen und das werde ich jetzt auch tun und was essen gehen. Also denn, ciao Leute.